Heute Abend wird die Klimapolitik auch beim Koalitionsgipfel in Berlin behandelt. Oliver Köhr, wird man sich da auf ein gemeinsames Vorgehen einigen können? Das ist ziemlich sicher nicht der Fall, denn die Streitpunkte liegen auf dem Tisch zwischen den Parteien, aber zum Teil auch innerhalb der Parteien. Die CDU zum Beispiel ist sich, was die CO2-Bepreisung angeht, selbst nicht ganz einig, in welche Richtung es gehen soll. Bei der CSU gibt es die Minister Seehofer und Dobrindt, Quatsch, nicht Dobrindt, sondern Scheuer, der Verkehrsminister, der noch keine konkreten Pläne vorgelegt hat, wie er in seinem Bereich reduzieren möchte. Das steht alles noch bevor. Deswegen wird man sich vermutlich heute Abend schnell einig sein, dass man sich nicht einig ist und die Entscheidung in das schon angesprochene Klimakabinett überweisen, das in zwei Wochen zum ersten Mal in großer Runde tagt. Also alle beteiligten Minister zum Thema Klimaschutz. Das zweite große Thema werden ja die schrumpfenden Steuereinnahmen sein. Wie konfliktreich dürfte das werden? Das ist das Hauptthema heute Abend und da sind tatsächlich die größten Konflikte zu erwarten. Die einzelnen Regierungsparteien wollen mehr Geld ausgeben der Koalition, steht aber weniger Geld zur Verfügung. Und da geht es vor allen Dingen um große Projekte, wie zum Beispiel die Grundrente, eine Herzensangelegenheit der SPD, um die Senkung des Solidaritätszuschlages oder deren Abschaffung, eine Herzensangelegenheit der Union. Das steht beides im Koalitionsvertrag und teuer wird es da, wo die Forderungen über den Koalitionsvertrag hinausgehen. Zum Beispiel Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, zum Beispiel komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags, nicht nur für 90 Prozent der Bürger. Und das ist das, was man sich heute vorgenommen hat, möglicherweise anzunähern. Oliver Kör aus Berlin, herzlichen Dank.